Ich denke, es gibt ein Thema die letzten Tagen, was sehr, sehr viele interessiert, was auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, worüber wir reden sollten. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, was passiert ist, ich glaube, es hat so gut wie jeder mitbekommen, was passiert ist, aber ich klare euch nochmal ganz kurz auf. Der größte deutsche Streamer auf dieser Plattform ist für 33 Tage gebannt. Und Motz, hört mir ganz kurz zu, ich mache dieses Thema jetzt extra auf und dann machen wir das Thema extra wieder zu, weil wir müssen das Thema einmal besprechen und dann abhaken, weil sonst wird es die nächsten Stunden und Tage und was wir hier verbringen, auch getimeoutet werden. Und vorher möchte ich auch noch erwähnen, sollte es Leute geben hier im Chat, die sagen, ja, hat Monte verdient und hier und da und versuchen zu beleidigen, die werden auch gebannt. Hier gibt es keine Toleranz, was das angeht, hier sind wir sehr, sehr streng mit sowas und ich versuche ganz kurz die richtigen Worte dafür zu finden. Da machen wir das Thema einmal auf, da machen wir das Thema einmal zu. Für den 36 Stunden Stream. Vielen, vielen Dank. Da machen wir das Thema ganz kurz auf. Also, Monte wurde 33 Tage dafür gebannt, es gab zwei Vorfälle. Der eine Vorfall war, er war mit Memo unterwegs in Malta, da kamen Frauen entgegen, er hat Ui und Oh gesagt und halt sowas. Auch schon eher lauter, bisschen aufdringlicher und dann gab es eine Situation, wo er von einer Dame oben im Pool Fotos gemacht hatte. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall diese beiden Situationen nochmal trennen. Denn die eine Situation hat Fotos von ihr gemacht, hat sie gefilmt und diese Situation mit dem Filmen und mit Fotos machen, ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Das ist für mich, das ist für mich, also ich verstehe nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber lassen wir mal gut sein. Die andere Situation mit diesem Oh und Ui und hier und da, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und ich rede jetzt hier von den Männern und ich weiß auch, dass Frauen sowas machen. Und ich rede jetzt hier vom Privaten und nicht vor der Kamera. Wenn man privat unterwegs ist, ich bin mit meinem Kumpel unterwegs und ich sehe eine schöne Frau, ja, dann sage ich auch, hey Bro, hast du die gesehen? Guck mal die an, was für eine schöne Frau. Das ist ja auch in der Form, ne, vom Weiten eher ein Kompliment. Ist ein Kompliment. Wenn eine Frau vorbeigeht an dir, die Situation und du sagst, ui und oh und hier, dann kann es sein, dadurch, durch dieses Kompliment, dass sich die, dass sich die, dass sich die, dass sich die Frau dadurch belästigt fühlt. Das kann passieren. Das kann passieren. Es, und jetzt, jetzt kommen wir von diesen zwei Situationen zu dem größten Clusterfuck. Also ich habe im letzten Jahr noch nie in meiner gesamten Zeit so unglaublich viel Scheiße auf Twitter gelesen, wie in den letzten drei Tagen. Die Leute haben ein Rückgrat und haben eine Wirbelsäule, die ist so gelenkig, da könnten sie sich selber am Arsch lecken. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach insane. Ich muss sagen, dass zu sagen, ja, also holy fucking shit, aber zu sagen, es ist eine Sache zu sagen, jemanden zu kritisieren und zu sagen, hey, das war scheiße. Ich kann, okay, Chad, ich kann direkt auch Sachen sagen, die ich scheiße finde von Monte. Was ist denn dabei? Was ist denn dabei? Ich kann direkt sagen, Monte, hör mal zu, das mit den Fotos oben fand ich scheiße von dir. Gleichzeitig kann ich zu Monte sagen, hey, die letzten zwei Tage, die letzten zwei Tage hast du zweimal für Platin Casino Werbung gemacht auf Instagram. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, wieso. Ich dachte, das Thema mit Glücksspiel ist durch. Ich kann ihn kritisieren. Ja, das kann ich machen. Aber die Leute, die Leute tun immer so, als wenn du, wenn du, wenn du den, wenn du jemanden zu sehr lobst, wenn du jemanden zu sehr lobst, dann tun die Leute immer so, als würdest du dem Typen oder oder sie direkt den Schwanz lutschen. Du kannst gar kein Kompliment mehr sagen, du kannst gar kein Real Talk mehr raushauen und kritisieren darfst du auch nicht, weil sonst bist du direkt, äh, 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 sonst bist du direkt, ähm, machst du direkt Beef oder du machst das oder wenn du ein Kompliment machst, hast du direkt eine Absicht, dann sagst du, ha, aber du, äh, du sagst doch gerade nur was Positives, weil du dir einen Host verhoffst von Monte oder du erhoffst dir von Monte das und das. Und wenn du ihn kritisierst, sagst du, hm, ja, aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und du kritisierst ja nur gerade Monte, weil, äh, der hat eine große Anhängerschaft, aber auch viele Leute, die ihn kritisieren und da erhoffst du dir wieder was. Du kannst gar nicht mehr, deswegen habe ich mich auf Töter auch nicht geäußert. Du, 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 du kannst gar nichts mehr sagen. Du kannst gar nichts mehr, du kannst nicht, du kannst nicht dafür sein, du kannst nicht dagegen sein, du kannst nicht gegen den Strom schwimmen. Es ist gefühlt, äh, also so habe ich das die letzten, die letzten, hi, so habe ich, äh, äh, das die letzten Tage auf Twitter irgendwie erlebt. Und ich weiß nicht, ob wir uns da alle auch irgendwie selber auch an die Nase fassen müssen, aber ganz kurz, es wurde kritisiert. Und es, er wurde stark kritisiert, ich stelle mir folgende Frage, Monte hat sich entschuldigt. Und ich stelle mich die Frage, hätte Monte sich genauso dafür entschuldigt, wäre da jetzt nicht so ein großes Fass aufgegangen? Bruder, ich meine, wir reden da drüber gerade, dass fucking Oliver Pocher diesen Shitstorm gerade ausnutzt, damit er auf RTL Content hat. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, holy fucking Shit. Oliver Pocher benutzt das Thema in seiner Show, damit er Content hat. So schlecht, so schlecht läuft es, äh, läuft es im Fernsehen. Imagine. So schlecht läuft es im Fernsehen. Und ich hoffe, dass ihr mir überhaupt noch, äh, äh, folgen könnt. Aber, ich glaube, da, das können auch nur wirklich Streamer verstehen. Die verstehen, wie es ist, 33 Tage nicht zu streamen. Ich glaube, dass das Zuschauer nur ansatzweise verstehen können. Aber 33 Tage nicht zu, nicht zu streamen, das reißt dir dein fucking Herz raus. Das ist fucking traurig. Ich bin auch Monte-Zuschauer. Ich gucke mir auch gern Monte seinen Stream an. Ich bin seit über zwei Jahren Subscriber bei Monte. Auch wenn ich nie vorgelesen worden bin, aber ich bin Subscriber. Ich vermisse den Stream dann auch. Ich vermisse den Stream auch. Best-ofs, Clips, was Lustiges, was passiert. Und, und, und. Aber, ich wünsche, ich wünsche, was das angeht, wünsche ich mir unter alles Gute. Ich hoffe, dass er die 33 Tage übersteht. Ich hoffe, dass er seine Konsequenz darüber, dass er seine Konsequenz sieht. So, erst mal fix den Supp verlängert jetzt für das geile Wochenende im Kühn-Kühn-Kühn-Kühn-Orange-Eins-Orange-Eins. Und, ja, ich wünsche ihm alles Gute. Und, wie gesagt, man muss, man muss klar, um das nochmal zum Ende zu bringen, man muss klar unterscheiden zwischen Fotos oben machen von einer Frau, Konsequenz dafür, direkt rein. Man muss unterscheiden zwischen, man läuft rum, man findet eine Frau schön und, und, und. Und, wie weit sie weg ist, ob man das mit einem Kollegen macht, oder, ob man das vor laufender Kamera auf einer Plattform macht, wo sowieso schon gerade sexuelle Belästigung ein sehr, sehr großes, gereiztes, sensibles Thema ist. Deswegen. Holy fucking shit. Ich wünsche ihm, äh, ich wünsche Monti, äh, alles Gute. Und, waren gestern, wer, wer auch bei ihm im Stream dabei war, war ein nicer letzter Stream für 33 Tage. Seinen IRL-Stream hab ich derbe gefeiert, bisschen in der Stadt rumlaufen, und, und, und. Hab ich selber genossen, mochte ich sehr, und, äh, blieb's dann erst wieder in, äh, in 33 Tagen. Hätte Fivecom das Video nicht zusammengecuttet, dann wäre es gar nicht ausgeartet. Also, Fivecom, die Schuld dafür zu geben, ist nicht richtig. Äh, gleichzeitig, ähm, hab ich es ja auch retweetet, also retweetet. Ich hab ja auch irgendwo dann Schuld. Aber, was willst du machen? Seher muss keiner als drei. Ne? Was willst du machen? Fivecom hat vielleicht Schuld, ich hab vielleicht Schuld, vielleicht hab ich's auch irgendwie ins Rollen gebracht. Dann sind andere drauf aufmerksam geworden. Aber wie auch immer. Ja? Fivecom, ich sag schon Fivecom, Scrum, meine ich. Ähm, jetzt machen wir das Thema zu. Die, ähm, ich hoffe, dass, ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe, da Konsequenzen draus zu ziehen. Twitch macht das schon. Twitch hat das immer schon gut gemacht. Und, ähm, mich freut es auch, dass Twitch da so streng ist. Das freut mich. Weil, ähm, eine strenge Hand ist manchmal, ähm, schon deutlich besser. Und, ähm, ja, 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 ja.